Und da sind wir auch schon wieder mit Assassin's Creed 2 und setzen wir unsere Story fort, bevor wir das hier direkt am Anfang schon unnötig in die Länge ziehen. Klopf, klopf. Papa? Äthio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Äh, Drogenpakete? Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Ich versuch's. Sonderzustand. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Okay. Alle drei Aufgaben erledigen. Zwei Briefe für Giovanni überbringen. Ja. Das kennen wir ja. Letzte Einträge. Wir können ja mal irgendwann einmal die ganzen Einträge durchgehen, wenn ihr das wollt. Aber ich finde, wir müssen uns die jetzt nicht unbedingt zwangsweise angucken. Das ist bestimmt ganz interessant, so ein paar Sachen zur Handlung, äh, Nebensachen noch zu erfahren. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen, die werden uns auch schon so gesagt, oder? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die ganzen Datenbank-Einträge mal sehen wollt. Wenn ihr alle sagt, ja klar, wollen wir sehen. Zeig her den Mist. Nein, kein Mist. Das ist natürlich kein Mist. Oh, zeig her. Dann werde ich die natürlich auch mal zeigen. Ah, das war dumm. Dann werde ich die mal zeigen. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh, nee, nee, ist jetzt nicht wichtig. Lass mal. Dann lasse ich das. No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Die sehen aber zwielichtig aus. Jedenfalls ich nicht. Oh, Junge, Junge. Mit was für zwielichtigen Leuten hängt Papa neuerdings rum. Dann sollen wir uns aus Ärger raushalten. Bei solchen Leuten? Da ist Ärger automatisch vorprogrammiert. Keiner braucht einen Adalas. So, wo ist der Zweite? Der Zweite Empfänger müsste... Wo ist... Entschuldigung. Müsste ja eigentlich hier irgendwo herumstehen. Da ist eine Leiter und... ...Klein Kanada läuft lieber die Wand hoch. Ja, ich seh's schon. Noch so ein Zwielichtiger. Ich hab eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet! Kommt zurück! Erklärt euch! Ähm... Ich glaube... Papa sollte uns mal... ...was erklären. Also ich nehme lieber eine Paracetamol, bevor ich mir ein Blutegel da woran heften lasse. Egal wie gut die sein sollen und ob die auch aus Indien kommen oder sonst woher. Geht taugenschlagen. Ich wollte gerade sagen, Mann, der ist aber vollgekackt, aber der blinkt nur. Hallo, Täubchen! Na, mein Täubchen? Hast du was für mich? Halten, um eine Alternative sich zu bekommen, weil Alternativkamera angezeigt wird. Ah, okay, den Analog-Stick drücken für die Alternativkamera. Sonderzustellung synchronisiert. Aber wir könnten jetzt das Rennen noch machen. In Truden befinden sich Geld. Kaufen Sie Karten bei Kunsthändlern, um diese zu finden. Kaufen Sie Karten bei Kunsthändlern, um diese zu finden. Das hatten wir ja schon. Oder hat der eine neue Karte für uns? Der Händler? Hast du eine Karte für uns? Na ja, ich kann alles auf Lager haben. Kannst du ja alles auf Lager haben, warum denn nicht? Die ganze Stadt erfährt. Nirgends werdet ihr frischeren Fisch zu niedrigeren Preisen finden als bei ihm. Lügner! Wenn er uns Asterix 1 gelernt hat, dann, der Fisch ist nicht frisch. Okay, ab nach Hause. Was uns da, wo ihr jetzt erwartet? Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich dachte, das knackt jetzt nur einmal laut. Etzio, ich mag übrigens deine Weste. Vater? Federico? Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo de la Signoria. ins Gefängnis. Was? Und meine Mutter, meine Schwester. Etzio. Warum ins Gefängnis? Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Sie, als sie sich wehrte, sie, hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Ja, dann tu das. Du, 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 du das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Warum ist die ein Knast? Achts, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Was? Warum? Gefängniseinbruch. Giovanni's Zelle oben im Palazzo de la Signora erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Okay, was geht da vor? Sie gesucht werden, bedeutet das, dass die Wachen ihnen gegenüber misstrauisch sind. Sie werden, wenn sich die Anzeige gelb füllt, untersuchen die Wachen die Lage. Wenn sie sich rot füllt, stehen sie kurz vor einem Angriff. Das haben wir ja schon gemerkt. Aber warum wurde Papa jetzt verhaftet und warum suchen die nach Ätzio? Das ist doch eine angesehene Bankierfamilie, oder nicht? Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen. Reparieren? Ja, können wir nicht. Hier scheint etwas rustikal für deine hochklassigen Waren. Genau, wir springen jetzt erstmal mit einem Hechtsprung durch den Marktstand, weil wir es können. So, Beutel. Wollen wir uns den mittleren Medizinbeutel schon mal holen? Warum eigentlich nicht? Ja, gerne, gerne, gerne. War mal eine Freude, mit euch geschäftigt zu machen. Da ist mir glatt die Hand aufgerutscht. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Halt die Schnauze! Uh, da patrouilliert eine Wache. Ach, wie gut, dass wir die Schätze dann doch vorher schon gesammelt haben, oder? Entschuldigung, wollt ihr nicht aufs Dach steigen? So, kommen wir hier, da kommen wir hoch. Sind ja nicht ganz blöd, dass wir unten lang gehen. Warnung, Sperrgebiet. Zu manchen Gebieten ist der Zutritt verboten. Die Wachen werden bei sich Kontakt schnell reagieren. Bei Stürzen gedrückt halten, um einen Vorsprung zu greifen. Hat er uns gesehen? Ein Gegner kann im zerbrechlichen Gegenstand geworfen werden, um ihn zu tönen. Ich will gar nicht tönen. So, greifen. Loslassen jetzt! Lasst mich sofort los! Hier kam. Hier kam. So, hast du was? Hast du was für mich? Ach, der lebt noch! Ja, er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Okay, da geht's hoch. Tut mir leid, Wachmann. Aber ich möchte gerne Papa besuchen und... ...da werde ich mich bestimmt nicht auffallen lassen. So, da sind zerbrechliche Gegenstände, glaube ich, oder? Lass mich los! So. Das ist zerbrechliche Gegenstände. Nein. Hände weg! Oh, da ist noch eine Wache! Stranzo, hau ab! Kann ich hier sehen, dass da noch eine weitere Wache war. Und die Ausbeute ist aber nicht gut. Verdammt, da ist er! Wir kriegen dich doch! So, und... Gib mich auf der Stelle frei! Bitte, was? Auch schade. Ich dachte, ich könnte ihm hier über die Brüstung schmeißen. Lass mich los! Schnell, entkommt uns! Oh, oh! Ups! Ups! Ein bisschen tief gefallen, was? So, wo kommen wir jetzt, äh... Zu Papa? Müssen wir hier noch höher? Anscheinend! Hier über uns glitzert das. Dass der da so hochkommt, das ist der Wahnsinn! Ja, äh, äh, äh... Ja, äh, äh... Ja, äh, äh... Ja, so halbwegs... Was ist denn da los? Checkpoint erreicht? Ja, äh, äh... Ja, äh... Gefängniseinbruch synchronisiert. Adler weisen auf einen Aufsichtspunkt hin. Ja, das wissen wir. Okay, da können wir schon mal runter. Das ist schon mal schön. Hey! Und hopp! Warum wurden die jetzt verhaftet? Er hat doch Beweise gegen die, äh, ähm... Gegen einen... Gegen den Pazzi, gegen den Vater der Pazzi's. Oder für die, äh, für den Vater. So wie ich das jetzt verstanden habe, gegen den Pazzi, gegen das Pazzi-Oberhaupt. Haben die jetzt irgendwie ihn... ...den schwarzen Peter zugeschoben? Dachte er jetzt, äh, dass Papa Auditore ins Gefängnis kommt? Also irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Er hat ja Beweise gegen den Pazzi. Sollte die vorlegen. Und jetzt auf einmal wird der verhaftet. Also... Irgendwas stimmt da definitiv nicht. Hi! Familienerbstöck. Giovanni's Dokumente finden und sie um Uberto Alberti bringen. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Das Adlerauge benutzen. Adlerauge sei wachsam. Da scheint eine Tür zu sein. Okay, so einen Kamin will ich auch. Den Inhalt der Kiste nehmen. Drücken, um zu interagieren. Eine Assassinen-Montur. Oh, ich will auch. Will haben. Jetzt musst du nur noch den Künsten der Assassinen vernünftig ausgebildet werden. Dich zu klein werden, Assassine, das bringt dir noch nicht genügend. Drücken, um das Schwert zu wählen. So, die Fäuste sind unten. Auf dem Steuerkreuz links ist das Schwert. Oh, so eine Montur will ich auch. Traditore. Traditore. Was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr eigentlich? Bitte was? Das. Die sollen mich nicht festnehmen? Die sollen mich schon umbringen? Ähm, du hast nichts gesehen. Geh weiter. Geh weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Was ist denn das? Nicht Stadtwachen? Die sollen einen doch nicht einfach töten, oder? Konzentner-Datenbank-Zugehörner. Gemälde nicht auf Lager. San Giovanni haben wir im Besitz. Unsere Energie ist noch voll genug. Da brauchen wir auch nichts kaufen. Wir könnten theoretisch noch Medizin kaufen, aber... Ach, kommt. Ich will nicht kämpfen. Und wenn, dann zu meinen Bedingungen. Okay, Wurfmesser können wir anscheinend noch nicht benutzen. Was war das denn für eine Aktion? Hä? Okay. Wenn er meint, er muss sich verziehen. Ist in Ordnung. Also, ich werde dich nicht daran hindern, einfach zu gehen. Interagieren. Interagieren. Ich hoffe, er kann uns weiterhelfen. Na, komm, mach auf. Ätzio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich, äh, äh, ich, äh, ich weiß nicht... Warte, Junge. Atme durch. Sammle dann die Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ätzio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Überhaupt nicht. Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ätzio. Dem trau ich nicht über den Weg. Irgendwas stimmt doch mit dem Jungen. Wer war die Gestalt, die da hinter ihn lang gelaufen ist? Der hat doch bestimmt was mit dieser Verschwörung zu tun. Familienerbstück. Synchronisiert. Assassinenumhang erhalten. Zerbrochene, versteckte Klinge erhalten. Kodexseite erhalten. Inventar, Ausrüstung. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Ach, was sieht meine an? Da haben wir dann ein Messer. Da haben wir eine versteckte Klinge. Der Mechanismus dafür. Was ist das? Granaten. Medizin. Gegenstände. Federn. Haben wir gerade keine. Statuen. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Pläne wahrscheinlich. Monturen. Schlichter Umhang. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Der schlichte Umhang ist bloße Kleidung und hat keinen anderen Effekt. Die Wachen werden auf alle kriminellen Aktionen reagieren und der Bekanntheitsgrad steigt oder sinkt nach den normalen Regeln. Okay, es gibt also noch andere Umhänge. Sehr schön. Waffen, normales Schwert, Fäuste leer. Rüstung haben wir auch noch nichts. Wo müssen wir jetzt hin? Ich, ich, ich traue dem etwas fülligen Mann überhaupt nicht über den Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns weiterhilft. Oh, wir haben nicht genug Geld. Schulterteile, Leder. Waffen können wir uns nichts holen. Da auch nicht, da auch nicht. Hm, sieh, das dachte ich mir. Wir könnten theoretisch ein Rennen machen, aber ob wir da genug Geld kriegen? Und können wir jetzt überhaupt ein Rennen machen? Wir könnten theoretisch. Schmied, Schnellreisestation. Ach komm, was soll's. Wir werden einmal das Rennen ausprobieren. Auch wenn ich eigentlich lieber wissen würde, wie das jetzt mit Vater weitergeht und den Brüdern. Also, wie gesagt, ich kenne, ich habe Assassin's Creed 2 nie gespielt, bis heute. Aber ich kenne halt die Romane und es ist schon etwas her, dass ich die gelesen habe. Ein wenig weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wie nah die Romane wirklich an den Videospielen sind. Aber ich werde mich überraschen lassen. Bitte färbt und wascht eure Gemütle. Ich muss mir damals schon den Leuten sagen, sei keine Dreck, sei, wascht eure Klamotten nicht in öffentlichen Gewässern. Schnell hierüber. Ich würde zu gerne wissen, wie das jetzt weitergeht, aber gleichzeitig... Die will da mal drücken um zu reden. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen, aber ihr sollt der Beste sein. Wer sagt das? Wer sagt das? Du brauchst doch nur eine Herausforderung. Du sagst bestimmt zu jedem. Du sollst der Allerbeste sein. Florentinischer Spur. Ich wette, mein Rekord können die nicht schlagen. Ich weiß nicht immer, wo wir hin müssen. Alle Checkpoints durchlaufen. Ach, okay. Okay. kommt ihr bekannt voran. Ich habe ihr das verstanden. Ach, du! Ah, alle Mitglieder der Arten der Landwirte hüten voll vor einer unreinen Herzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Grupp-Erb nur minderwertige Bronze herstellen. Oh, die Armen! Konnten nur minderwertige Bronze herstellen. Gut, dass ich keine Bronze herstellen muss. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng! Oh, das wird eng! Warum? Warum können wir hier nicht hoch? Oh, das wird eng! Och, noch ein Checkpoint! Ihr wollt mich doch verkack-eiern! Verkack-eiern wollt ihr mich? Nein! 11 von 14! Nein! Zeit abgelaufen! Okay, das, das will ich jetzt schaffen! Das will ich jetzt schaffen! Drücken und Gas! Die Einblendungen sind immer viel zu kurz! Okay, wir können direkt dann weitermachen! Okay, 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 gar nicht von den Wachen jetzt irgendwie beeindrucken lassen! Die Wachen, die dann... Genau, jetzt hier, ruhe ich erstmal aus! Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, ja genau, in ihrer Weisheit! und hier rüber! Und hier rüber! ja, 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 könnte klappen! Könnte klappen, das ist diesmal! Jep! Das ist tatsächlich schaffen! Ähm, da müssen wir lang! Nein! Nein! Die drei, zwei, drei Sekunden am Anfang, wo die etwas füllige Frau im Weg stand! Und wir auf dem Boden lagen und uns gekrümmt haben! Die zwei, drei Sekunden, die fehlen uns jetzt hier! So, und hoch! und hoch! Und die Steuerung muss ich ja sagen! Hupsala, da bin ich ein bisschen zu nah mit dem Controller am Tisch gewesen! Nein! Scheibengleichser! Muss ich mich ja bei dem Meichard mal bedanken, dass er mich vorgeworden hat, dass die Steuerung zum Teil etwas tricky ist, wenn man schon die anderen Spiele gespielt hat. Und ich muss auch sagen, vom persönlichen Gefühl her war die Steuerung von Black Flag auf jeden Fall besser. Ach, da unten! Oh! Alter, willst du verarschen? Bitte tötet mich nicht! Was für ein Kerl! Was für ein Kerl! Ich kann ihn nicht versehen! Geh nach Hause! Geh nach Hause! Oh! Wasser! So, wer will noch mal? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht genug? Das hat sich geldtechnisch nicht mal wirklich gelohnt. Ja, ich habe die schwärzeste aller Seelen! Mann, das hat sich geldtechnisch mal gar nicht gelohnt. Da müssten wir eine Menge Leute ausrauben, bis wir das Geld für das Lederriss Teil zusammen haben. Müssen wir halt ja, das müssen wir uns dann wirklich später holen. Schade. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns den Medizinbeutel später geholt. Aber zumindest haben wir das Rennen auf einmal gemacht. Was ist hier noch zu erledigen? Ansonsten ist hier nichts mehr. Ja, macht ja auch Spaß. Okay, und da gehen wir dann in der nächsten Folge hin, wo es da leuchtet, und erfahren, was das mit der Verhaftung von Papa Giovanni Auditore auf sich hat und ob der freikommt oder ob wir ihn rausholen müssen. Neues meldungen оч